Ich finde es super schön, dass im Brain Lab so ein junges, dynamisches Umfeld herrscht und vor allem ein internationales Umfeld. Ich habe Medizintechnik studiert im Masterstudiengang und ich wusste damals nicht, wo meine Stärke liegt, was ich am besten machen kann. Daher habe ich gedacht, naja, mit meinem technischen Hintergrund fange ich doch am besten an als Projektingenieur an der R&D-Abteilung und wurde auch genommen. Durch die Arbeit im Brain Lab habe ich für mich selber entdeckt, dass meine Stärke im Projektmanagement liegt und habe mich tatsächlich auch dann in die Richtung weiterentwickelt. Mit den ganzen innovativen Medizinprodukten kümmert sich Brain Lab um die Gesundheit von den Patienten, aber kümmert sich auch um die Gesundheit von ihren eigenen Mitarbeitern. Ich finde es echt fantastisch, dass Brain Lab den Mitarbeitern ein kostenloser Gym-Membership anbietet, was eigentlich nicht selbstverständlich ist. Durch das Gym habe ich sozusagen ein neues Hobby für mich selber entdeckt, nämlich das Fitness-Sport, was eigentlich jetzt ein wichtiges Bestandteil meines Lebens ist. Aktuell arbeite ich an dem Projekt zur Optimierung der Postmarke Surveillance in Brain Lab. Darunter versteht man die Marktüberwachung von den Medizinprodukten nach dem im Verkehr bringen. Das finde ich auch schön, dass ich eben durch den ganzen Prozessoptimierung dann indirekt daran wirken kann, was schließlich einen guten Einfluss auf die Menschheit hat.